World Cup ruft! Hi, ich bin Lynn, ich bin mehrfache Weltmeisterin im Tischfußball und zeige dir heute 5 Schritte, wie ich mich generell auf ein Turnier bzw. auf einen Wettbewerb vorbereite. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft bzw. zu meinen Weltmeistertiteln habe ich auch diese 5 Basic-Steps genutzt, um eben perfekt vorbereitet zu sein. Und jetzt legen wir erstmal los. Falls ihr einen Designer-Tischkicker von Leonard kaufen möchtet, könnt ihr mit meinem Code Lynn ein cooles Starterpaket im Wert von 107,50 Euro bekommen. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Bevor ich zu den 5 Schritten komme, möchte ich vorab noch kurz etwas dazu sagen. Das ist kein Allgemeinrezept, was ihr jetzt gleich hören werdet. Das ist immer super individuell, wie du dich auf ein Turnier vorbereitest. Aber falls du dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast, kannst du diese 5 Steps einfach nutzen zur Orientierung oder als Leitfaden sozusagen. Mittlerweile hat sich ein Grundprinzip bei mir eingespielt. Und zwar sage ich mir immer, ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann. Das heißt, ich tue alles, was in meiner Macht steht, um mich bestmöglich auf ein Turnier vorzubereiten. Ich versuche mich sozusagen in eine Ausgangslage zu bringen, in der ich bestmöglich performen kann. In der ich am besten die Möglichkeit habe, ein Turnier zu gewinnen sozusagen. Das ist, was ich beeinflussen kann. Ich kann die Ausgangslage beeinflussen. Wie ich an dem Tag wirklich spiele, wie ich performe und so weiter, das kann ich jetzt wirklich nicht im Voraus so richtig beeinflussen. Kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 1. Das mag für den einen oder anderen jetzt super banal klingen, aber ich liebe es, meine Turniere im Voraus richtig gut zu planen. Das heißt, ich gucke mir wirklich auch an und wähle bewusst aus, was für eine Unterkunft ich wähle, wie nah diese auch am Spielort ist zum Beispiel und wie die Möglichkeiten drumherum sind, wie zum Beispiel im Supermarkt und so weiter. Man kann das zwar nicht immer alles beeinflussen, aber das meiste kann man sich schon vorher auch auf der Karte anschauen, was es so drumherum gibt und entsprechend planen. Was ist mir dabei wichtig? Erstens, die Unterkunft sollte maximal 10 Minuten Fußweg von der Spielhalle sein. Also am liebsten mag ich es, wenn ich einfach 5 Minuten Fußweg habe oder noch weniger, einfach rüber, dann bin ich da, easy. Macht alles so viel entspannter, es macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Dann ist es noch super wichtig für mich, dass ich einen Tag vorher anreise. Das machen die meisten im Normalfall, weil Samstagmorgen ja meistens das Turnier anfängt, aber ich will am liebsten immer mittags ankommen, also sagen wir mal spätestens 16 Uhr, sodass ich dann noch weiß, ich kann entspannt zum Abendessen gehen, also ich kann erstmal entspannt einchecken, dann zum Abendessen, vielleicht sehe ich noch ein paar Leute und dann gehe ich wieder zurück in mein Hotel oder in mein Airbnb oder wo auch immer ich schlafe. Du startest in das Turnier viel erholter und kannst dich auch mental noch besser auf das Turnier einstellen, wenn du eh schon um 16 Uhr am Spielort bist, weil wenn du dann schon da bist, kannst du eh nichts anderes mehr machen, als zu entspannen, zu relaxen, vielleicht schon auch dich gedanklich auf das Turnier einzustellen und das macht wirklich einen richtig, richtig großen Unterschied. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt sollte für viele ziemlich selbstverständlich sein. Und zwar geht es um die spielerische Vorbereitung. Je nach Tisch und Größe des Turniers kann das auch variieren, beziehungsweise es variiert auf jeden Fall. Und was ich zum Beispiel immer mache, ist eine gewisse Zeit an Tabletime einzuplanen, je nachdem welcher Tisch es ist entsprechend, mehr oder weniger. Hier, Tabletime bedeutet einfach eine eigene, eine bestimmte Anzahl von Stunden beziehungsweise Zeit, die du selber alleine am Tisch verbringst. Dann ist es so, dass du vielleicht auch Timingübungen machst für dich alleine und so weiter. Da brauchst du aber jetzt schon einen Sparing-Partner, einen Trainingspartner, Partnerin. Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt bei der spielerischen Vorbereitung, dass du dann wirklich nach deiner eigenen Tabletime dir einen Sparing-Partner oder Partnerin suchst, mit der du dann praktisch eben diese ganzen Übungen machst, die du nicht alleine machen kannst. Und im Idealfall ist es sogar dein Doppelpartner oder deine Doppelpartnerin, weil dann passt es ja sowieso. Und es ist eh gut, mit deiner Doppelpartnerin oder mit deinem Doppelpartner dich gemeinsam an den Tisch zu stellen, um eben die Deckung vielleicht nochmal abzusprechen oder auch die, die Pässe zu üben. Und außerdem ist es auch noch wichtig, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin kommunizierst über das Turnier an sich. Vielleicht macht ihr euch auch gemeinsame Gameplans für bestimmte Gegner und Gegnerinnen. Da spielen ganz viele Sachen mit rein. Wenn ihr also die Tabletime habt und auch eine Sparing-Partnerin habt, dann kommt noch dazu, dass ihr euch als Trainingsdoppel verabredet. Wie gesagt, wieder Idealfall mit deinem eigentlichen Partner, Partnerin, mit der du auch praktisch das Turnier spielst. Ansonsten geht natürlich auch eine andere Person. Und dann spielt ihr Trainingsdoppel oder Trainingseinzel. Ganz wichtig, mehrere Best of Files an einem Abend. Und sagen wir mal, im Idealfall drei bis Open-End-Stunden. Damit da wirklich ein realistischer Trainingseffekt entsteht. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Turnier spielst, bist du ja auch morgens um 10 oder 11 in der Halle, fängst dann an, die Vorrunde zu spielen. Und im Idealfall, wenn du bis ins Finale kommst, wärst du bis 20 oder 21 Uhr auf jeden Fall noch am Spielen. Und manchmal sogar länger. Deswegen ist es schon auch gut, wenn man diese Kicker-Kondition, nenne ich sie immer, trainiert. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer drei, die mentale Vorbereitung. Ich würde sagen, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, technisch, dann ist die mentale Vorbereitung die halbe Miete. Und zwar ist es bei mir immer so, ich überlege mir, welches Ziel habe ich? Das ist eigentlich fast immer gleich, aber da kommen wir gleich zu. Welche Erwartungshaltung habe ich an mich? Welche Rituale will ich einhalten? Und welches Mantra habe ich? Und das kann sich von Turnier zu Turnier immer unterscheiden auch, je nachdem, welches Ausgangsszenario da entsteht und wie groß das Turnier aber auch ist. Aber grundsätzlich sind die von der Basis immer gleich, ja. Mein Ziel ist eigentlich fast immer zu gewinnen. Aber das Wichtige daran ist, durch die Wiederholung und sich durch das Bewusstmachen ist das eben halt diese mentale Vorbereitung. Man ist dann praktisch fit und darauf eingestellt. Das Wichtige in Kombination mit dem Ziel ist immer die Erwartungshaltung und manchmal leider auch etwas schwierig zu differenzieren. Da gibt es so eine komische Grauzone, damit sich das nicht vermischt, muss man wirklich da ein bisschen drauf achten, was das bedeutet. Erwartungshaltung kann alles bedeuten von, ich gebe mein Bestes zu, ich will meine Gegner immer respektieren. Also am besten ist es immer, dass du deine Erwartungshaltung so formulierst, dass sie in jedem Fall einfach einzuhalten ist, im Sinne von, dass es kein Ergebnis vorgibt. Das bedeutet, ich sollte, also wenn mein Ziel jetzt zum Beispiel ist, das Turnier zu gewinnen, dann sollte das aber nicht meine Erwartungshaltung sein. Das heißt, mein Ziel ist es, das Turnier zu gewinnen, aber meine Erwartungshaltung ist es nicht, das Turnier zu gewinnen. Das ist ein großer Unterschied. Das ist das, was ich mit der Grauzone meine. Eine Erwartungshaltung von sich selbst, also einen eigenen Anspruch an sich zu haben, ist super wichtig, aber nicht, wenn es ergebnisorientiert ist. Ich bin natürlich selber zum Beispiel ein sehr ergebnisorientierter Mensch, aber in meiner Erwartungshaltung, in meiner mentalen Vorbereitung versuche ich immer, meine Erwartungshaltung so zu formulieren, dass es sich nicht auf Ergebnisse bezieht. Das Problem bei der Erwartungshaltung ist, wenn du da schon ein Ergebnis formulierst, dann hast du einen gewissen Druck erzeugt, einfach ohne dass was passiert ist. Das heißt, du hast schon richtig groß, richtig unterbewusst vor allem, hast du mega viel Druck schon, obwohl noch nichts passiert ist. Das Turnier ist nicht losgegangen, die Vorrunde, erste Vorrunde, ist noch nichts passiert und du empfindest schon so viel Druck, weil du dir schon vorher gesagt hast, du hast die Erwartungshaltung an dich selbst, das Turnier auszuschießen. So, das funktioniert in der Regel eher selten. Ein anderes Beispiel dafür ist, wenn du sagst, ich habe die Erwartungshaltung an mich, dass ich die Pässe qualitativ gut spiele. Das ist zum Beispiel eine ganz spezifische, konkrete Formulierung, aber setzt kein Ergebnis in dem Sinne voraus, sondern du erwartest von dir selber, dass du ein gutes Spiel machst, wenn man es jetzt mal grob zusammenfasst. Und das ist zum Beispiel etwas, was du viel besser einordnen kannst, als dass du dann sagst, es gibt nur Schwarz und Weiß zum Beispiel. Zu dem Punkt Rituale und Mantras kann ich dir nur eins sagen, das ist super individuell. Jeder muss das für sich selber herausfinden. Was solltest du einführen, damit du immer wieder eine gleiche Standardsituation herbeiführen kannst. Rituale können super unterschiedlich sein. Rituale fangen an bei, wie packe ich meine Tasche zu, was mache ich, wenn ich sehr stark unter Druck stehe. Das sind alles so ganz verschiedene, unterschiedliche und individuelle Szenarien, die man sich wirklich nach und nach erarbeiten kann. Das ist nicht einfach von heute auf morgen, zack, und dann habe ich meine Rituale, sondern die erschaffst du dir sozusagen durch deine Erfahrung, wo du vielleicht Probleme hast und weißt, hey, da brauche ich ein Ritual. Oder du kannst dir natürlich auch im Voraus schon Rituale überlegen und diese dann eben ausprobieren, wie sie dann eben in deiner Spielsituation funktionieren oder eben auch nicht und das dann entsprechend anpasst, um dann da immer dich dem zu nähern, was am besten für dich funktioniert. Und Mantras kannst du dir auch bilden, indem du zum Beispiel sagst, ich habe fünf Schlüsselbegriffe und mit jedem Schlüsselbegriff verbinde ich etwas Bestimmtes, etwas, was ich mir mental erarbeitet habe. Und diese fünf Schlüsselbegriffe, vor allem unter Druck, sagst du zu dir selbst, um dann eben diese ganze mentale Arbeit, die du dir schon, die ganzen mentalen Sachen, die du dir schon erarbeitet hast, dass du die praktisch abrufen kannst in dem Moment. Und dadurch passiert es dann, dass du besser mit Drucksituationen umgehen kannst oder auch mit Situationen, wo du in der Vergangenheit mehr mentale Probleme hattest. Kommen wir zu Schritt Nummer vier der Turniervorbereitung. Und zwar ist das ein Punkt, der für den einen oder anderen jetzt wahrscheinlich neu sein wird. Ein, zwei Wochen vor dem Turnier schaue ich mir die Anmelderliste an, gehe die durch und sage dann bei einigen Doppeln oder Spieler, Spielerinnen, okay, gegen diese Person mache ich mir jetzt schon mal einen Gameplan. Wie lief die Vergangenheit? Wie will ich es dann auf dem Turnier machen? Was möchte ich vielleicht auch ausprobieren? Woran muss ich denken? Und so weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Part von mir, weil man auf den Turnieren eben halt auch immer auf die gleichen Leute trifft, wenn man dann ein bisschen weiterkommt. Oder man weiß dann eben halt schon, auf welche Gegner, Gegnerinnen man sich eben so vorbereiten muss. Und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer mache vor einem Turnier. Egal, wie groß das Turnier ist. Kommen wir zu Schritt Nummer fünf. Und zwar, wie packe ich meine Tasche? Wie packe ich meine Tasche? Das ist so eine banale Frage eigentlich. Und ich rede hier nicht von meinem Koffer, weil das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist Standard. Aber wie packe ich denn meine Turniertasche? Ich muss für mich, es ist für mich super wichtig, ich habe das vor allem bei Winning Ugly, aus dem Buch Winning Ugly von Brad Gilbert gelernt. Ich habe ein Ritual, wie ich meine Tasche packe. Dann bin ich so richtig ready. Ich weiß dann, wenn ich meine Tasche packe, dann geht es los. Ich habe dann praktisch, ich setze mich auf den Boden, das ist jetzt kein Scherz, ich setze mich auf den Boden, alles aus meiner Tasche raus, alles was alt ist, alles was okay ist, geht wieder rein. Dann gucke ich nach den Bällen, sind genug Bälle dann da drin, sind meine Bänder neu, die da drin sind, sind die alten raus, damit ich mich damit nicht rumschlagen muss. Dann sitzt da bestimmt, keine Ahnung, sind es 15, 20, 30 Minuten, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Packt manchmal sogar auch ein paar Bänder schon aus, roll die schon richtig, dann muss ich das auf dem Turnier nicht mehr machen. Also das ist so super geeky klingt das jetzt, aber es ist halt ein Ritual von mir. Und es geht gar nicht um die Tätigkeit an sich, weil ich glaube, die Tätigkeit an sich könnte ich scheinlich in, könnte ich reduzieren auf 5 bis 10 Minuten oder so. Aber es geht darum, dass ich praktisch da sitze und so ein Ritual habe, wie ich mich jetzt auf mein Turnier einstelle. Das ist dann meistens ein Tag vor dem Turnier. Ich habe dann, das beruhigt einen, also das beruhigt mich, nur als Beispiel, das muss ja nicht bei jedem gleich aussehen. Aber es beruhigt mich, ich weiß, meine Tasche ist ordentlich, ich werde alles dabei haben, ich habe alles geordnet, ich brauche mir da keine Gedanken zu machen, wo habe ich was und so weiter. Aber ich habe dann praktisch auch, was der Effekt davon ist, ich stelle mich super auf das Turnier ein, gedanklich und so weiter. Gehe vielleicht sogar noch ein paar Turnierszenarien durch in der Zeit, überlege, was mich erwartet und was für Gedanken mir da halt alles so kommen zum Turnier. Rituale haben ja den Grund, du machst das, um dich auf eine bestimmte Situation vorzubereiten, um dich auf eine Situation einzustellen. Und das ist zwar sehr weit im Voraus, aber das ist etwas, was mir immer ein gutes Gefühl gibt, in ein Turnier dann reinzugehen. Das waren meine fünf Schritte zu, wie bereite ich mich eigentlich auf ein Turnier vor. Ich hoffe, der ein oder andere konnte was aus diesem Video rausnehmen. Wenn euch der Einblick in meine Turniervorbereitung gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und Subscribe und sage, bleibt am Ball und bis zum nächsten Mal. Bevor ihr wegklickt, ich bin es noch einmal kurz. Und zwar, wenn ihr eine Geschenkidee für eure Tischkickerfreundinnen und Freunde sucht, dann schaut mal im Fuchs-Shop vorbei, www.fuchs-shop.de. Da findet ihr mit Sicherheit etwas für eure Kicker-Fans. Bis zum nächsten Mal.